World of Tanks. Das Spiel existiert jetzt schon mehr als zehn Jahre und hat sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Jedes Jahr werden Neuerungen eingeführt oder bereits bestehende Funktionen überarbeitet. Und manchmal ändert sich etwas ganz Großes. Von Februar bis März 2021 führen wir eine Reihe Tests auf dem Sandbox-Server durch. Sie betreffen einige der wichtigsten Aspekte des Spiels. Hochexplosive Granaten, Besatzungen und Artillerie. Die Änderungen betreffen uns alle. Daher wollen wir sie gemeinsam testen. Ladet euch den Sandbox-Client herunter, nehmt am Test teil und beantwortet die Umfragen. Teilt eure Gedanken zu den überarbeiteten HE-Granaten. Wie findet ihr die neue Besatzung? Gefallen euch die Änderungen hinsichtlich der Artillerie? Euer Feedback und eure Erfahrungen sind wichtig. Die Zukunft dieser Änderungen hängt von euch ab. Als Dank für die Teilnahme an den Tests werden wir eurem Hauptspielkonto verschiedene Spielgegenstände gutschreiben. Wir wollen das Spiel noch besser machen. Und wir wollen dies mit eurer Unterstützung schaffen. Wir wollen das Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020